Du hast mal Schmerzen in den Schultern, im Rücken, in den Knien, Arm, keine Ahnung, wo auch immer, dann wirst du sicherlich solch ein TENS-Gerät kennen oder noch nicht, dann kannst du sowas dafür benutzen. Und genau das möchte ich jetzt mit euch zusammen testen. Ja, und wenn du mehr über meine Produkttests wissen möchtest, wenn du diesen dir anschauen möchtest, dann musst du mir ganz einfach folgen, mach das Plus weg und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos wieder. So, damit komme ich jetzt aber zu diesem Gerät. Ich packe das jetzt mal aus, lese mir mal die Anleitung durch und schaue mal, was der Hersteller uns hier verspricht und was wir damit machen können. Bevor ich jetzt mit diesem Gerät gleich ins Detail gehe, schon mal eine Information vorweg. Das, was die meisten sicherlich interessiert, bevor ich überhaupt mit dem ganzen Palawa loslegen kann, bekomme ich für dieses Gerät Ersatzpads, die ich mir auf die Haut kleben kann. Ja, ich habe nachgeschaut, es gibt tatsächlich Ersatzpads von der Firma sogar selbst. Also, auf geht's. Ja, hier ist es. Hier haben wir das Gerät, das ist jetzt wirklich sehr leicht. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das kann man gut in der Hand halten. Hier sind die Anschlüsse. So, dann haben wir hier die Anleitung, tatsächlich auch in Deutsch, das ist übrigens ganz, ganz wichtig, Leute. Lest euch die Anleitung durch. Das ist ja gerade für die Programme, für eine Behandlung sehr, sehr wichtig. Ja, was haben wir hier? Die nötigen Verbindungskabel. Und hier natürlich die Klebepads, die ihr dann letztendlich auf die Haut klebt. Hier, wie vorhin schon gezeigt, gibt es jeweils zwei Kanäle. Dazu gehören schlussendlich diese grauen Kabel. Jeder Kanal hat ein so ein Kabel, woran letztendlich jeweils eine Elektrode angeschlossen wird. Man kann auch zwei parallel anschließen, ist auch kein Problem. Damit schaffst du es letztendlich, entweder ein größeres Gebiet abzudecken oder, wenn man die kreuzweise installiert, dann kann man auch mehr gezielt auf einem Punkt letztendlich die Behandlung fortführen. Dann habe ich hier noch das Ladekabel. Das hat ein Mini-USB. Das ist noch nicht so neu. Also USB-C ist hier noch nicht am Start. Ja, und das wird letztendlich hier oben über diese Ladebuchse aufgeladen. Ich möchte das auf jeden Fall testen. Ich habe so ein bisschen Schmerzen in meiner Schulter. Ja, deswegen dachte ich mir, okay, ich probiere das einfach mal aus, um gleich mal zu sehen, ob das auch funktioniert. Ich denke mal, ich werde das mit einem Channel probieren und mal gucken, was passiert. Okay, dann komme ich jetzt mal zur Bedienung. Ich habe das Gerät jetzt schon angestellt. Es läuft bereits bei mir. Ich erkläre jetzt mal kurz, was ich hier eingestellt habe. Schlussendlich, da es bei mir um Schmerzen in der Schulter geht, ist das Thema bzw. ist die Programmwahl hier tense. Das kann man ganz oben sehen. EMS wäre dann, wenn man jetzt überlastete, nicht knochen, überlastete Muskeln hat. Dann stellt man EMS ein. Ja, wie gesagt, das brauche ich hier in dem Fall nicht. Programmwahl 2, das kannst du hier deutlich sehen. Die 2, die steht für den Schulterbereich. Ja, hier hast du überall die Auswahlgeschichten. Dann haben wir hier eine Zeitvorwahl. Ich hatte mit 10 Minuten begonnen. Jetzt sind noch 5 übrig. So, und dann gibt es natürlich noch die Intensität. Die ist jeweils auf den jeweiligen Channel. Ich bin bei Channel 1 auf den jeweiligen Channel angepasst. Ich bin bei Intensität 3. Das ist jetzt erstmal für den Anfang für mich ausreichend. Ja, und sobald du das eingestellt hast und Enter gedrückt hast, geht das auch schon los. Wie du unschwer erkennen kannst, das Gerät ist noch dran. Schau mal hin. Hier ist es. Es läuft. Ich lasse mich jetzt behandeln von dem schönen Tensgerät. Ich bin bisher begeistert. Es ist wirklich sehr, sehr einfach erklärt. Das Handbuch ist ausführlich soweit geschrieben. Alles andere ist letztendlich auch selbsterklärend. Und das ist das Wichtige dabei. Das Gerät, wie gesagt, lässt sich überall mit hinnehmen. Du brauchst kein Kabel. Es funktioniert einfach mit Akku. In dem Fall bin ich wirklich restlos zufrieden und begeistert. Es gibt tatsächlich erstmal genug Klebepads mit dabei. Wenn du Dual Channel nutzen möchtest, nimmst du das zweite Set und dann gibt es nochmal vier Sets obendrauf. Quatsch, nochmal zwei Sets obendrauf. Also acht Betts, die du dann als Ersatz wählen kannst. Und erst dann, wenn die verbraucht sind, kannst du dir neue bestellen. Und da habe ich ja gesagt, habe ich schon gefunden. Also insofern hier an der Stelle Daumen hoch und eine klare Kaufempfehlung für dieses kleine schnucklige Tensgerät. Und damit bin ich jetzt fertig. Hinterlass mir mal einen Kommentar. Schreib mir mal was dazu, was du davon hältst. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da. Würde mich unwahrscheinlich freuen. Also, dann auf zum nächsten Video. Tschüss.